Oh, oh. Oh, oh, oh. Wo, wo bin ich? Oh, wie bin ich hierher gekommen? Hey, ich bin's. Mercer und Harding haben uns im Hauptquartier erwischt. Ich bringe uns raus. Billy? Billy Nash? Bist du das? Aber wie? Ich kann dich übrigens nicht hören. Also kein emotionales Wiedersehen gerade, okay? Bleib dran. Okay, ich hol dich hier raus. Die Zellentür sollte sich gleich öffnen. Gut, dann raus jetzt. Komm zu mir, ich bin im Sicherheitsraum. Mach schnell! Stopp! Nimm das Funkgerät. Dann können wir sprechen. Billy? Bist du das? Wo sind die anderen? War Chaos. Hat niemanden gesehen. Mercer und Harding fanden uns in den Trümmern. Aber wie machst du das alles, obwohl Mercer uns erwischt hat? Gewusst wie? Hat sie überzeugt, dass ich zur Siegerseite gehören möchte. Und jetzt dritte ich erst mal dich. Außerdem hab ich früher mal hier gearbeitet. Wie auch immer, geh weiter. Halt dich bedeckt und triff mich im Sicherheitsraum. Wack, du bist ganz cool. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bevor du was sagst. Es musste sein. Es ging um Leben oder Tod. Außerdem hab ich dich da rausgeholt, oder? Ich soll dir jetzt... also vertrauen? Naja, vertrau mir. Ich kenne mich hier aus und kann uns rausbringen. Du kannst es aber auch gern allein versuchen. Ich weiß nicht. Deine Superkräfte nutzen, nur das allein mit einem Hangar voller RDA aufnehmen. Mir bleibt wohl keine Wahl. Also, wie kommen wir raus? Pass auf. Heute ist Billy Weiß-Alles-Tag. Also tu, was ich sage und wir kommen hier raus. Da sind überall MPAs. Ja, du bist groß und blau. Aber versuch unbemerkt zu bleiben. Mann, ihr blauen Baum, Freunde. Hier kommt mir besser nicht unter die Augen. Ja. Lass mich nur diese Tür für dich hütteln. Das soll der sein. Schön. Siehst du? Auf meine Hinweise zu hören hilft dir weiter. Wir haben einen gefunden, den halb aufgefressen. Wir sagen, es waren die Navi. Auf uns kommt bald etwas Action zu. Glaubt ihr, die Navi können Feuer machen? Na, sicher doch. Okay, der nächste Part wird definitiv schwieriger. Nicht jetzt. MPAs direkt unter mir. Glaub mir, du willst kein Navi aus der Nähe sehen. Nicht zum Wiese, diese Leier. Hey, üble Nachrichten. Ich habe Funkverkehr abgefangen, nachdem man hier den Widerstandsfemzen lokalisiert hat. Können wir sie warnen? Keine Zeit. Dieser ganze Ort ist ein Hangar. Mit Schiffen, die darauf vorbereitet sind, jederzeit alles vom Himmel zu schießen. Wir müssen es ausschalten. Da bin ich bei dir. Was machen wir? Ohne die Kühlsysteme geht es hier sofort den Bach runter. Und bei der Menge an Treibstoffen fliegt hier alles in die Luft. Das Lüftungssystem ist ausgeschildert. Sollte leicht zu finden sein. Und die Leie ausgeschildern. Sollte leicht zu stehen. Es Breeze ist eine Angehörigung. Und die Leie ausgeschildern. Das war's für heute. 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 Mach einen Vorstand. Wir sollten den Boden einfach sprengen und dann alle Flügel hier einsammeln. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's. Ich mésen 김� jedem, Mom Ah! 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 Hier drüben! Dich nicht verständlich! Dort, hau schon ab! Ich kann nicht wo hin! Ich bleib nicht! Ich seh sie! Hey, ich bin noch nicht mit dir fertig! Hier! Hab ich dich! Guck dir hin! Mercer und Harding sind raus, aber zum Glück können wir die Flotte zerstören, bevor sie den Widerstand erreicht! Ja, das war knapp! Lauf weiter, so schnell du kannst! Hier gibt's gleich ein schönes Feuerwerk! Wo treffen wir uns? Ich befürchte, das war's für Billy, Kid! Aber... Was meinst du denn damit? Ich muss die letzte Phase des Trollsystems manuell überbrücken. Danach bleibt nicht viel Zeit! Ich hol' dich raus! Warte damit, bis ich da bin! Wenn wir warten, sterben alle, die wir kennen! Wenn ich den Knopf drücke, hast du 20 Sekunden, um zu verschwinden! Ich weiß, du willst heldenhaft sein, aber jetzt bin ich dran! Gib Acht! Billy! 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 Ich bin dran! Mist! Die suchen nach mir! So viele überall! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bin sicher, aber wo bin ich?